Ich bin nicht sicher, vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du betest doch schon seit Wochen, du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenn doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid, das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ich sag mal, eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Na geh schon. Das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird mir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann im Fünfter. Viel Spaß. Und damit zurück zu Beyond Two Souls. Ich hab keine Ahnung, ob wir jetzt vielleicht gar nicht zur Geburtstagsparty gehen, sondern einfach mal abhauen. Nein, wir gehen zur Geburtstagsparty. Ich verstehe. Okay, letztes Mal schon ein bisschen verkackt, weil Steuerung nicht verstanden. Hatte mich auch überhaupt nicht informiert über das Spiel. Egal, jetzt machen wir es besser. Wir wollen zur Geburtstagsparty. Wir haben ein schönes Geschenk. Edgar Allan Poe. Dann gucken wir mal. Hey, Jodie, komm rein. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jodie, nicht zu schüchtern. Hey, Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keine Blödsinn ab, okay? Coole Geburtstagsparty, oh Mann. Ja, klar, Mom. Okay, aber das Kleid ist wirklich ein bisschen... So, Musik, Musik. Musik ist... Gibt es hier irgendwie eine Anlage oder so? Mal gucken. Ich glaube nicht in der Küche, ist so ein bisschen blöd. Okay, komm, gehen wir wieder zurück. Mucke, Mucke, irgendwo da hinten, komm, wenn da der Fernseher steht, irgendwo ist hier doch bestimmt... Ich habe jetzt auch nicht geguckt. Was ist denn hier los? Achso, da hinten ist natürlich Mucke, sorry. So, mach, mach. Äh, Country auf gar keinen Fall. Ja, dann vielleicht doch eher Rock, ne? Was für ein Gedudel ist das denn? Oh, Gott, nein. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Okay. Hm. Ich will andere Musik, Mann. Okay, so Bier, ne? Okay. Äh, klar. Was denkst du denn? Ja, ihr seid ja also cool, ey. Ja, so. Können wir ein bisschen abdancen? Äh. So viel zum Thema abdancen. Äh, lass mal zurückgehen. Okay, komm, hier. Können wir ein bisschen abrotten? Ja. 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 Okay, genug gedanst. Mal gucken, was die Boys so drauf haben. Ne, hinsitzen ist doof. Äh. Okay, hallo. Hi. Hi, ich bin Matt. Jodie, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Oh. Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar. Ich wüsste bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja. Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe. Also. Und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit zwei Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Auf der Basis. Ich war immer dort. Ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann. Und ich spiel in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis. Also, das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann. Ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt oder so. Nein, ist okay. Was langsames. Willst du mit mir tanzen? Hey, na klar. Gern. Glaub ich. Weißt du? Bestimmt hörst du das ständig immer. Du bist echt hübsch als sie. Mhm. Sagst du das eigentlich zu allen Mädchen? Ist nicht wie die anderen. Ich meine, es ist etwas wirklich Besonderes an dir. Ich finde, du bist auch besonders. Äh, hallo? Hände weg, Digga. Ich meine, ich finde es war ein leuker Um. Erg, Digga. Ich habe ein Lie?" Tja, ein Bierchen, ein Kuss. Kling! Klasse Idee, wo ist mit der Knaller? Ach, vergesst es, das ist doch nur Mist. Ja, komm Jodie, zeig uns was du kannst. Okay Jodie, dann zeig doch mal was. Hm. Puh. Nein, ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt, alles Blödsinn. Gut, okay Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und, ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String, genau was ich wollte. Oh, schick, oh Gott. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allen Poe. Edgar Allen Bale? Was, stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Oh, oh, oh. Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh, und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Lass sie euch! Nein! Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit! Lass mich gehen! Bring uns deine mächtige Magie! Bitte, bitte, lass mich raus! Das war schon, als sie vorhin reinkam. Ich bitte euch, bitte lass mich raus! Bitte! Kannst du nicht noch Kuchen? Bitte! Ich will ihn raus! Bitte, lass mich raus! Ja! Machen wir endlich Party! Was für eine Scheiße, ey. Diese kleinen Assis. Okay, gut. Dann müssen wir doch unsere Crafte einsetzen. Und mich hier raus... bitte! Ja, doch! Oooh! separ 웃 Eigentlich, ich erstecke. Komm und helf mir. Okay, Tür aufkriegen, ne? Okay, Tür ist offen. Wollen wir nur abhauen oder ärgern wir die noch ein bisschen? Ich würde dir mal Rache sagen, ne? Katschau! So. Ein bisschen Mucke anmachen. Das war ich nicht. Ich hab nicht gemacht. Das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von mir. So, noch Fragen, Leute. Ja. Okay, wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt. Oh, Tür zu oder sowas. Sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig. Kein, kein Grund zu verpacken. Fenster, nur auf die Fenster. Fenster. Wenn du das anstattest, ist der Recht nicht witzig. Was? 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 Hall dich auf deine blöden Tricks rein, Jodie. Hörst du mich? Ich bin hier. Ich weiß, dass jemand hier ist. Hörst du mich. So, noch Fragen, ihr Kleinwiesen. Hey, Hörst du mich. Ich bleib nicht hier. Es reicht, Aiden. Wir haben es verstanden. Komm schon, wir gehen. Oh, das ist aber blöd. Die kleinen, miesen Azitinis, ey. Okay, die Party hat wohl nicht geklappt. Das ist der Teufel, der Teufel! Komm mit, Jolly. Gehen wir nach Hause. Okay. 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 Wie ist das alt? Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf! Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schatz. Okay, Dr. Matthews. Was hat er so drauf? Dann gehen wir hin. Ja, geh ja schon. Hallo, Jodie. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Okay, setzen wir uns mal hin, oder? Gehen wir... Ah, ich gucke mir die Schneekugel an. Jodie, Job ist, die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jodie? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Könntest du ihn für mich malen? Also, ich bin momentanAllen. plezierend. baja. Tak. Vielen Dank. So. Klar. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Klar. Hallo, hallo? Jemand zu Hause? Okay, klappt wohl irgendwie nicht. Ich lasse mal hier nur so ein bisschen was kippen, oder? Oder ein Buch klappen. Nein, ich... Das da drüben ist gut. Du sagst ihm, was er tun soll und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Es waren die Monster. Okay, das soll es nochmal gewesen sein für diese Session. Mehr gibt es halt beim nächsten Mal. Okay. Das ist ja sehr, sehr interessant. Mal gucken. Also, bis dann. Ciao.